so da bin ich wieder mit vollgas mal schauen was uns das spiel gerade sagt fehler hä warum verbindungsfehler ach ich war gerade nicht online lol so 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 was ach jetzt sechs tage haben wir dafür zeit kudos karneval ach so scheiße was muss ich da das manner 100 kudos 200 kudos 400 kudos 600 kudos 800 1200 heilige scheiße schickes wad aus dschungelpack komik hanschüler ach du mein alter dunkelpack ja dann muss ich jetzt fast eigentlich wieder auf vorgeist spielen ähm was ist jetzt so eigentlich nicht der plan aber wenn uns das spiel jetzt dings gibt meinetwegen jetzt bin ich einfach verwirrt ach das gibt es nicht hä wann kommt denn die neue season so leider ja jetzt sind wir da und das können wir nicht mehr schaffen mal aber mal schauen siehst du die bei extremen dropshows wir machen einfach solo jetzt mal halbe stunde haben wir gesagt mal schauen mal schauen es ist echt hart wie spiel ist es jetzt schon wieder fast an 29 Uhr ufff okay ich dachte wir noch halb neun aber es ist ja jetzt schon was fast neun wenn du das ran auch kaum ich bin jetzt eher weniger bock Oof. 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 Loot ich bin drüber gejumped. Oof. 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 ich hätte dich jetzt nicht gedacht Perfektes Paar Da hätten wir dann unsere erste Sommermedaille wenn wir das schaffen so 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 Kirsche, Orange, äh, Taube, Melon. Okay. Taube, Taube, oder? Ja. Banane, Apfel. Taube, Kirsche, Orange. Wo ist, äh, Melone? Ach, da vorne. Wow, Orange, oder? Okay. Ach ja, ich hoffe echt, dass das immer kür wird. Ach, was, Holgers, muss ich ja immer wieder das Spiel neu ergeben. Fimmelgirda ein. Bekommen wir jetzt ein Überlebenspiel, das wär, wär ultra geil. Zu... Blockparty? Oh nein, Ritterpokus. Scheiße. Okay. Okay. Wenn wir das schaffen, ey. Das klappt, da kommen jetzt... 27 Leute, doch. Mal schauen. Ob ich richtig, Liga? Ne, 24, okay. Oh, okay. Hmm... Oh, oh... Oh, wut. Oh, ooh... No, 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 no. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Ohjeje Seht gut aus. Wird das jetzt noch silber? Ey, das könnte echt tatsächlich noch silber werden Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da jetzt silber machen Ja, pff, okay Ist noch silber gewonnen, das heißt, sonst fehlen noch zwei Silbermedaillen Und zwei Überlebensspiele, ey Wäre egal, wenn wir das jetzt noch bekommen würden 34 waren wir Da hätten wir das nächste aufmachen können, aber wir waren glaub ich vierte Sehr gut 24 Ja 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 Draußen Irgendwo Da haben wir ein Überlebensspiel Oh Gott, das ist ekehaft, oder? Nee, das geht noch zwei Aber das ist in der Mitte schon ein bisschen nervig Ja, gekehaft Ja, gekehaft Uff Heideiger Scheiße, wie lebe ich noch Ja Ich hab mich qualifiziert Der Schneeball hat uns ein paar mal dafür getroffen und mitgezogen Aber wir konnten uns noch halten Es ist so viele Leute sind rausgeflogen Was? Haben wir jetzt? Da ist jetzt schon wieder Finale, WTF Die finden auch noch mal über dem Spiel jetzt Hexrollen Ja, ja, und das werden wir ja nicht offen Mal schauen Bitte haben wir Glück Hätte ich jetzt euch nicht gedacht, dass da jetzt zu viel da rausfliegen wäre Einfach mal 18 Leute Weg Warum Wie sind jetzt wieder zu viele da raus, ey? Sind nur der eine tut da jetzt Mö Schaffst du es nicht, mich zu graben, ey? Warte doch Wieso hat das jetzt? So einen einfachen Sieg hatte ich noch nie Also, schau, WTF Okay Da fehlt mir jetzt nur noch eine Überlebensrunde Für die Kodos 38 Grundspiel rüber Kommen wir ja auch noch Okay Was ist das denn jetzt wieder? Warum sind das so viele jetzt? Was? Ui Zwei Kronen sogar Schönen Finner-Hoch-Kronen für die nächste Belohnung Oder Schönen Fröhnen Schönen Fröhnen Tja Das kann ich ja eigentlich Verzichten Spreng in der Überlebensrunde daran Und was hatten wir jetzt? Achso Ich denke ich Achso Ich denke ich sehe jetzt ja da brauchen wir nicht zu bringen heiter ist dienstag ja einen tag 13 stunden und nicht viel gefiltert ich dachte eigentlich jetzt schon dass wir eine neue season bekommen im das ist ja 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 Bis zum nächsten Mal. Tunnel Jump Ja, keine Ahnung, wenn dann das zweite Season rauskommt von Progras, aber die erste ist vorbei anscheinend. Oder noch nicht so richtig. Beziehungsweise was die Belohnung da angeht. Äh, die Hausfrau. What the fuck? Äh. Oh Gott. Nee, geht nicht. Oh, ich fall durch, ey. Aber wie lange ich durf, oder, ey? Äh, schaff ich das noch? Ah, ich bin schon wieder der letzte, ey. Wiederholt sich die Scheiße jetzt wieder. Ich bin schon der letzte, der in der ersten Runde durchkommt und, äh, gewinne dann am Ende ganz easy. Ah, da fehlte einer. Äh. Sehr merkwürdig. Ich brauche nur eine Überlebensrunde, dann bin ich zufrieden eigentlich. Fing die Kudos. Das war so jetzt nicht wirklich der Plan. Die Kudos, die hätte ich schon gerne irgendwie mitgenommen. Ja, vielleicht würde ich das doch am Wochenende mitnehmen. Keine Ahnung. Die Kudos, die Kudos, die Kudos. Ja, genau. Schwierig. Ah, das ist aber einfach gemacht, ey. Und ich war trotzdem wieder einer der letzten, der durchgekommen ist. Nicht mal Browser, ey. Wir brauchen noch eine Überlebensspiele jetzt. Komm, Blockparty bitte. Hier ist super nice. oder nasa ich hoffe eine sonne dann ist es wirklich einfach und schon wird er fast unmöglich da raus zu fliegen naja es sind natürlich drei naushalner ach der scheiße da werden viele rausfliegen und vielleicht werden wir auch rausfliegen mal schauen oh der hat irgendwie mich gerade ein bisschen ja gut dass ich mich hingelegt habe sonst wären wir voll raus geflogen habe ich jetzt so viel glück wie bei den schneebellen und sehe ich hier noch jemand anderen ich bin auf jeden fall nicht der letzte sonst hätte ich schon gewonnen ein andere robber hat er noch drin aber was ist das gerade? ok, alles klar what the fuck ey next role gewinnen wir jetzt im zweiten zimmer einen anderen anderen? was ist das denn ey? naja bei mir nur zu zweitzehund ist das jetzt kleiner geworden ist das eine kleine x rolle hui oh gott das ist echt urkomisch gerade naja echt glaube ich sehe das aber auch schon gefällt mir besser hui da muss ich ja extrem viel spielen naja da wäre es ja alter ja für die kudos 10 mal die finale runde ja okay kann ja insgesamt 3600 sekunden hmmm also das engeste haben wir ja schon wie viel haben wir noch 2000 jetzt könnten wir das theoretisch holen naja ich weiß nicht wirklich noch eine runde spielen oder so ja das ist gerade echt komisch was da gerade abgeht ja 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 mal sehen ob wir direkt Trüppschupp bekommen oder weiter in Soloshon Ich glaube wir kommen jetzt eh in den Tropschall rein Na, aber es ist Solo-Show, pfff, okay Mal sehen, ob wir die selbe Scheiße nochmal bekommen Vielen Dank, okay I'm falling back What the fuck is this What are you on only I'm falling back I can really be the last one who will come back I can really be the last one who will come back Or was I really the last one who will come back I have a bit of a déjavu What 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 a déjavu Fuck What a déjavu What a déjavu Ja, das war das Problem. Ich wollte zu sehr deinen Hammer haben. Aber so viel Pech haben. Also ich dachte, ich würde den Fookhammer viel besser bekommen. Aber gut, nee, sorry Leute, aber ich habe gerade irgendwie nicht wirklich so das Gefühl für Fahrgast gerade. Vielleicht schau ich das nicht jetzt am Wochenende durchziehe mit den Kuro-Ausforderungen oder dafür haben wir ja noch sechs Tage oder so. Aber gerade ich weiß nicht. Ich fühle mich also nicht so richtig. Sechs Tage, 13 Stunden. Ja, dann müssten wir zum Wochenende noch wirklich mehrere Stunden spielen. Was wird er noch machen werden, denke ich. Samstag? Samstag, was soll ich Samstag machen? Dann würde ich morgen eigentlich fast noch schnell schauen, dass wir da... Das ist ja auch doof. Dann würden wir nur morgen... Nee, komm. Okay. Das ist dann mein Plan für morgen. Wir werden zuerst Overwatch spielen und schauen, dass wir da noch irgendwie 400 Credits bekommen für den letzten Event-Scan. Das wir uns dann noch freikaufen können, bevor das Event vorbei ist und dann wechseln wir zu der Predator. Da gab es gerade heute ein Update mit einem neuen Killer und Survivor anscheinend. Und das werden wir uns dann morgen anschauen und dann werde ich Donnerstag Barbedons Falls spielen. Barbedon Falls, ja. Weil ich will bei Barbedon Falls doch vor 19 Uhr noch spielen, um da die täglichen Aufgaben zu erledigen und dann noch die für den nächsten Tag mitzunehmen. Ja, that's the plan. Dass wir morgen dann Overwatch zuerst spielen und dann DVD und am Donnerstag dann Barbedons Fall. Und am Freitag. Vater werde ich, glaube ich, nicht streamen. Da werde ich wieder schauen, dass ich die Welt nach der Arbeit bei mir gehe und dann, wenn ich aufstehe, einfach so irgendwo in Mitternacht, werden wir Deppe-Day-Letter rumkennen. Was das Zeug hält. Bis 3, 4 Uhr oder so, glaube ich. Ja. Dann würde ich, äh, sogar, dann würde ich wirklich eine Pause anlegen, 2, 3 Stunden und so. Und dann, äh, würde ich nochmal anfangen mit Survival-Gameplay und so. Ja. Nachmittags, dann Vollgas. Und am Sonntag würde ich dann fast so machen, dass ich da... Bubblegons Fall-Spiel, Demo, am Nachmittag. Ja, dann am Vormittag Vollgas. Ja, ungefähr so. Würde ich das machen. Ja, denke ich. Na ja, hab noch einen schönen Abend, Leute. Bis zum nächsten Mal oder so.